Und da sind wir wieder bei VEGASYP, mit mir Sefi und Jutis Hallo! Bei Tales of Symphonia Dawn of the New World Geht's hier rein? Rein geht's schonmal Hallo! Wann da? Ich wollte gerade den Kontrollern hier hinten Oh du bist ja leider nicht da Nein, ich bin hier Aua! Aua! Oh! Äh! Walalalala! Ich hier klacken die noch nicht immer weg Bödes ne Bäche! Was!? NICHT das Geräusch, dass ein Vogel machen sollte Ich bin kein Vogel! Was musst du sagen? Ich bin ein Goofo! Was? Und mache Miau Oh Gott! Hier ist alles möglich Was ist das für ein Freund? Ich glaube, es ist hier... Der Polo, ne? Ja, ich glaube, es ist Kino. Du hast nur auf, dich an Dorn zu heilen! Alter, du scheiß Teil! Hier! Versuch, sich mal davon zu erholen! So! Oh, er ist paralysiert! Welcher Schwabiner hat ihn denn paralysiert? Alter, ich krieg den Juck! Ach so, das hab ich gar nicht gesagt. Er hat oben gestänkert. Muhahaha! Tobstoß! Was ist das für ein Tor? Ah! Ja, so. Was gerade durch die Tür geht. Wie leise läuft? Oh, komm. Halt. Du hast es nach dem. Du hast es mir gemacht. Ich bin echt dritt. Dann sind wir hier mit dem Greta. Oh, ich bin sehr glücklich. Oh, ich bin ganz glücklich. Welche? Musst du mir den so wegschlagen? So, es ist nur noch eine. Übernimmel! Aua! Scheint so ein Side-Effekt zu sein. Schön! So, ein Achtzahler. Wie es mal mit einem echten, äh, anderen Charakter noch immer so schnell gehen würde. Hmmm. Aber es wird ja auch immer nicht mehr so gut, dass, äh, Krim auch mal ran kommt. Ja. So! Sieh! Sieht aus wie so ein Ein-Arm-I-Labor-Din. Ein ziemlich viel Glücksspiel kann süchtig machen, das weißt du doch. Aber! Nichts aber! 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 Na gut! Yay! Glücksspiel! Deswegen macht es doch ganz glücklich! Deswegen heißt es Glücksspiel! Oh! Schleiche ganz in irgendeine falsche Richtung! Oha! Die hat mich mit ihrer Arm aus Dizzy gehauen! Er ist geschossen, oder? Nein! Der hat mich gehauen! Oh! Boom! Das soll ich das immer öfter machen! Oh! Oh! Was ist das Ding? Ach so, die ist wieder unten, oder? Was hast du denn jetzt für ihn gekriegt? Äh! 10! 10! Oh! 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 Well... Oh! Oh! Wieso gebe ich mir eigentlich Mühe? Was hat die eigentlich mittlerweile für einen Angriff? Das ist mal so eine spontane Frage. Oh, sieht gut aus. Fließt sich nett. Da sind sie ja alle so. Hallo Colette! Ja, bestätigt. Jetzt ist es okay. Wie finde ich, hier sieht immer alles gleich aus. Stimmt. Nicht tauschen, ich brauch mal verraten. Wie gesagt, ich hatte damals eine Komplettlösung. Auf Englisch. Und da die jetzt mit der Stadtbenennung anders haben, habe ich das ja auch schon verlaufen. War sehr witzig. Wie ist man das denn? Wie ist 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 das denn? Oh, weiß ich gar nicht. Macht es wenigstens spannend, ihr Loser! Oh, hier waren wir noch nicht. In Sandoros. Ich weiß gar nicht, wie viele Etagen es hier gibt. Hm, ich schätze mal, ich weiß doch, alle Gamers sind 1,3. B ist die eine zur Seite, da genau, wie wir es sind. Nee, B ist eine Etage höher. Achso. Oder so. Ja, jedenfalls war es total doof, dass ich mich da auch verirrt habe. Wer heilt hier wieder? Ich nicht. Achtung! Ja. Fast! danke das ist eine Explosion immer gut zu gebrauchen immer schön wie man den Gegner was ins Gesicht drücken kann so ja genau und dann jetzt können wir ins zweite oh hallo Sphinx ich denke die ganze Zeit gehört zu uns ich schüpf hier rum wie so eine beserfte Sau so mache ich mir eigentlich die Mühe weil du es kannst ich glaube gleich stelle ich mich beim nächsten Kampf in die Ecke und lasse die Monster das klären so hat die Wiese in die Ecke und stellt sie tot und ich habe ein Metrinkreisel gefunden aber Martha ist doch gar nicht da oh na wills kann man hier kochen kleiner Toast mal sehen was er werden kann hm leckeres Kochen zum Tiamat was brauchen wir denn ich weiß es nicht aber ich glaube Tiamat war richtig wirklich? nö auf jeden Fall ist der ja schon einmal aufgestiegen ja stimmt ach mussten wir nicht einmal zurück und dann wieder nach vorne ich weiß nicht ich entwickle ihn jetzt einfach hm jetzt haben wir jetzt einen Eistyp mja oh sie mag nur allerdings auch Fleisch ich habe für sich rein gemacht oh nein ich will sie nicht zur Harpie entwickeln nein warum denn nun weil ich nicht will hier genug ich einen Eintopf oh schick hier kriegt nochmal ein bisschen Reis ich mag Trudeln ich habe Erdbeere in den Reisball gemacht hm nein ich möchte die Bärchen nicht zu Tierkuchen ich koche mal für die damit die endlich noch so weg sind so Nira kriegt ach ist ja egal hier das Körner sterb 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 hier Selos kann auch mal kochen erstmal mit ein bisschen Gata Tierkühler na gut er kriegt das Kaninchen eben Fleisch zu essen Fleisch fressendes Kaninchen oh Kupfer ist ja süß hier kannst du auch Fleisch haben Hallo Terra dich mag ich du kannst auch Fleisch haben du hast uns gute Dienste geleistet PULLET hier PULLET koch ein bisschen Reis ist auch für dich du bist doof du kannst nicht aufsteigen Rubin ja Rubin war eigentlich auch ganz okay du kannst ja auch Fleisch kriegen steven yeah hier ein Fisch ja hier ich will mir zwei Leute später Fische mögen raus so ich kann auch auswiegend dieses Sushi machen ach schön ich hab meinen Tammer nicht gestellt überhaupt doch ich hab ihn gestellt wow ich bin stolz nicht ich bin stolz nicht ich bin stolz nicht ich bin stolz nicht oh wow wow du bist der beste Händler von allen dankeschön ich bin stolz nicht ich bin stolz nicht ich bin stolz nicht ich bin stolz nicht also wir sind nur auf diese Etage gekommen ohne das Ding da zu holen ho wow meist Danke schön! Danke schön! fang mich doch! fang mich doch! Frostwind, heilst du mich? Danke! Schreckschrei! Gah! Okay. So, mit A. Ach, jetzt können wir auch hier ins Drittungszertisch. Ah, jetzt können wir. Jetzt sind wir hier! Hm, 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 hm. Ach, das Teil ist ja gar nicht da. Oh, wir müssen jetzt zurück ins Elbgeschoss. Oh, das ist eh fetzend und eklig sagen. Ja, eklig ist das hier auch. Elbgeschoss. Elbgeschoss. So. So. das ist mir nur auf den aufzug mit a finden ich möchte da habe ich keinen scheiß bock drauf so aus wenn ich komme immer wieder wenn du stopp wechselt und du siehst die so scheiße wenn die dir ins bild drin siehst du das meine ich dann sind dauernd der flow unterbrochen oder waren wir da nicht welches geschossen sind wir hier das ist total nervös wie gesagt die du siehst das dann kommen und rennen da voll nicht rein gut dann fahren wir jetzt mit der linken plattform ins erste ich bin froh dass ich hier nicht arbeite die laufen ja nur hin und her und das ist nicht leichter job oder meinst du die von der dinge ja hier von von dieser raden hier will ich nicht arbeiten wo ist das bohnenkraut wie geht es jetzt weiter hier ist das heil wo es das wandert Ach, das Teil ist ja gar nicht durch. Also hier ging es dann irgendwo so an der Seite lang, das wusste ich nur. Dort spür ich ja gar nicht mehr. Ah, hier war es. Tschüss! Tschüss, tschüss! Weke, weke! Weckt euch! Aber sowas von! Aber erst nachdem wir gekratzt haben und in dem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass wir beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao! Ciaoee!